Sibel Wenn ich auch Fußball und Regen gut gef garantisiere bin das fänd mir unheimlich schwer dafür zu sprechen Aber das hier ist der richtige Rahmen. Allerdings ist es auch eine wahnsinnige Geste und für uns als Team von Ryan Feier eine richtige Ehre. Heute werden wir das Trikot mit der Nummer 56 retiren. Das bedeutet, dass das Trikot mit der Nummer 56 nicht nochmal vergehen wird. Richard hat nach seiner Fußballkarriere eine weitere Sportkarriere in Bonn Sport gestartet und hier wurde er Europameister, Weltmeister und 2011 Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2018. Am 26. Februar 2020 starb Richard und hinterlässt eine unschließbare Lücke bei seiner Frau, seinen Kindern, seiner Familie und seinen Freunden. Richard, ich will immer in meinem Herzen und in dem Herzen der Ryan Feierorganisation bleiben. Das Original Trikot von 2022 werden wir als kleine Geste der Familie übergeben. Vielen Dank!